so ich muss mich jetzt erst mal ein bisschen fangen wieder ist es nicht also ich hätte damit nicht gerechnet dass es jetzt weitergeht ganz ehrlich 30 0 9 dann muss 24 25 da lang sein ja weil es da draußen noch feuerfleisch gibt ja was meinst du machen sie gerade weiß nicht sie wollten immer die gesellschaft wiederbeleben gibt es verschiedene möglichkeiten 24 17 wird wärmer ich hoffe nicht ich schwitze jetzt schon jetzt geht es wohl scheinbar nicht oder was immer noch nicht aber ich muss ich durch kriege ach nee das ist ja versperrt sieht gut aus vielleicht ich finde das so schlimm dass sie so auseinandergegangen sind vierundzwanzig neunundzwanzig zu weit ist es jetzt nur das aber da steht doch nichts dran keine nummer wo ich hinten rum vielleicht 24 29 ist nebenan das muss es sein oder warum kann ich jetzt kann ich es öffnen mal sehen mal sehen reicht schon sie lassen aus wie all die anderen häuser ich hatte immer noch vielleicht jetzt sogar noch mehr sie hatte ja fast von mir erschossen also wäre hätte er nicht gerade so überlebt wäre definitiv tot gewesen sie hätte ihn erschossen sie hätte auch die da umgebracht eiskalt obwohl sie auch nichts damit zu tun hatte 24 25 konstanz wir sind da okay aber hier ist nichts das wissen wir noch nicht es soll aussehen wie draußen aber pflanzen sehen anders aus es war anders rein bist du etwa optimistisch ich versuche zu helfen du hilfst immer Mörder Mörder Geht's nicht noch irgendwo nach oben? Geht wohl nicht nach oben? Geht's nicht nach oben? Geht's nicht nach oben? Geht's nicht nach oben? Hallo? Hier war schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Sie waren eine Weile hier. Das ist die Dusche, oder? Mhm. Sie hatten hier unten Strom. Schau dich um. Bestimmt Solarstrom. Oh. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht's. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiße. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly Außenposten? Sind das andere Firefly Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte kommen. Hi Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? Ähm, 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Sword Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bereit kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay. Wir sehen uns bald. Ende. Ich freu mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Wegelboot. Okay. Gut. Du hattest recht. Äh, wie war das? Warum soll ich mich immer wieder holen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Oh Mann. Diese Schreckmomente. Was ist denn das jetzt? Stopp! Stopp! Bringen Sie nicht um. Ich fesselt sie. Komm her. Komm her. Lass mal sehen. Bereit? Hey, was wird das? Warte, warte! Scheiße, Mann! Fuck! Alles gut. Hol dir den klar. Was will ich denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Schön. Ganz schöner Glücksfühler. Was sind die diese Kerle? Ist das Ellie? Hoffentlich. Ich glaube nach dem Tattoo. Ich seh schon, komm, am Ende rettet sie die Alte noch. Ich seh schon. Wo besser als nächstes hin? Zwei, vier, zwei, fünf, Constance. Ja, das muss es sein. Endlich, endlich, spielen wir mal wieder unsere Ellie. Also richtig jetzt. Nicht nur eben in dem, in dem, äh, Haus da, in dem friedlichen, sondern richtig meine ich jetzt. Wie kam sie für die Hilfe zur Straße? Hatten früher alle Boote? Ja, ich hatte eine große Yacht. Echt? Nein. Daran musste ich jetzt gerade denken, aus dem ersten Teil. Wie Joey gesagt hat, ja, ich hatte eine große Yacht. Aus dem ersten Teil einer ... … ... ... ... ... ... ... ... Das ist wirklich was von Lara. Sieht ihr auch sogar ein bisschen ähnlich. So gut sieht es jetzt hier nicht aus. Ach Gott, Ellichen. So gut sieht es jetzt hier doch nicht aus. Gleich hier drüben. Ach ne, da geht es nicht weiter. Aber hier geht es auch nicht weiter. Das Spiel macht mich sowas von fertig. Ich fiebere ja immer mit eigentlich, aber bei diesem Spiel ist es ja nur ganz fürchterlich. Da wird es auch nicht lang gehen vermutlich. Ne. Da bin ich blöd. Läuft ja bestimmt falsch hier. Ich gucke nicht weiter. 100% laufe ich mal wieder verkehrt, weil hier geht es nicht weiter. Ach Gott. Irgendwo habe ich da was verkehrt gemacht. Beziehungsweise was übersehen, wo ich hätte hochkommen können. Das gibt es doch nicht. Da komme ich doch nicht hoch. So viel zu hoch. Sag mal. Hier unten ist auch nichts. Ich verstehe das nicht. Hinten lang geht es ja auch nicht. Muss ich das jetzt raffen? Oder war da hier irgendwo was, wo ich hätte weiterkommen können? Oder hier? 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 Ich dachte, da wären überall Stäbe drüber. Ich bin hier und nach Santa Barbara reingeht's da lang. Oh. Ellie hat ja zum Glück wieder ihr unzerstörbares Messer. Ich weiß nicht, ich wollte dich hören, aber es ist nicht sicher. Ich kann nicht riskieren, wieder geschnappt zu werden. Ich warte dort, wo ich dir den Ping-Pong-Witz erzählt habe. Mir fehlt dein Lachen. Ich hoffe, du bist hell rausgekommen. Ich bin hier. Irgendwer hat mich entdeckt. Ist das ein Klicker oder... Der hat mich jetzt hier entdeckt. Hier gibt es Kreische. Ich sehe aber nichts. Ach da. Bogen und so habe ich das immer noch? Ich denke es mir mal. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ja. Weiter. Weiter. Wie er jetzt runtergefallen ist. Wie er jetzt runtergefallen ist. Vielleicht komme ich hier durch. Ja, die Zusätze müssen wir mal gucken. Ja. 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 Da ist ja auch eine Werkbung. So. Ja. 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 Viel mehr können wir jetzt leider nicht machen. Habe ich einen verbesserten Stock? Ich dachte, ich habe Pfeile hergestellt, dabei habe ich den Stock verbessert. Ich hole eine Ochse. Das wollte ich gar nicht. Ach, naja. Okay, hier geht es nicht raus. Lauf ich jetzt hier mal im Kreis. Geht es doch nicht. Hm. Toll. Da? Jawoll. Könnte ich das nicht finden? Das gibt es aber nicht. Wo bin ich? Hier muss doch eine Straße sein. Okay. Santa Barbara liegt unten am Hügel. Zwei. Zwei, vier, zwei, fünf Constance. Sie muss da unten sein. Ah, da geht es noch nicht. Ich kann ja nicht mit dem Wasser anschausten. Aber natürlich bin da Infizierte. Was ist das? Oh, fuck. Eigentlich hätte sie das ja hören müssen, oder es, was auch immer es jetzt ist. Nein, scheiße. Ne, oder? Das wird jetzt nicht wahr sein. Komm schon, nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Fuck. Fuck. Oh nein, es kommen bestimmt diese Kerle. Jetzt landen wir auch da, wo sie gelandet ist. Die sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wer ist für heute nicht gut sein lassen? Ja. Wollt das Ding runter und erneuern. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Der Weg ist ja… Ach du Scheiße, gewiss! Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Fuck. Was gibt's da zu lachen? Du hast sie in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schüssel. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Na, los! Stopp! Was ist lustig? Meine Abby. Weil ihr hätt es ja eh nicht getan. Vor ein paar Monaten? Halt's ab. Sie ist draus. Sie hat Arme wie ich. Sie hat deren Jungen dabei. Mit Naben am Mund. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Oh. Ach Gott. Stört Ellie ja nicht. Rede. Sie steckt in deiner Zelle. In unserem Lager. Was ist das? Du brust deine. Bis zu den Schienen. Da kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Hm. 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 Ich schwör's. Hm. Das hätte Joel genauso gemacht. Oh nein, hoffentlich stoppt sie nicht. Großes Kaliber. Gut sie ist fertig. hat sie sich zugenäht wie bei johle schallgedämpfte maschinenpistole super was machen wir nächsten part es wird ja mal wieder richtig spannend hier